3. Schrauben Sie den Befestigungseffel lesen Sie WD-40-Skrömer. AUTODOC empfiehlt, ist eine moderne授teile. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. 10. Entspanien Sie den一直 Corey-Spray zur Strength Nr. 11. 11. Schrauben Sie die Verarbeitung des Schraubemas Ripfen an. 12. Entfernen Sie eine Ratschaufgabe. 13. Entfernen Sie eine Ratschaufgabe. 14. Schrauben Sie die Federbewegung in den Federbewegung an. 15. Entfernen Sie die Federbewegung an. 17. Schrauben Sie das Federbewegung an. Anrufen Sie eine Bedehung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. Hestezter H7. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 30. Befestigen Sie einen Drehmomentschlüssel. 9. Schrauben Sie die Aufmutter erneut. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 21. Verwenden Sie Stecknuss Nr. WD-40. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H2. Verwenden Sie Stecknuss Nr. Hl. Vielen Dank.